Bitte, ein Touch, jetzt, ja man, let's go, nice, 2-1, nun, mal wieder, im Grand Champion Finale. Du bist auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Seite, wo du dir günstige Rocket League Autos und Items kaufen kannst? Dann schaue jetzt bei meinem Partner rl.exchange vorbei. Schnelle Lieferungen und viele Zahlungsmethoden, den Link findest du unten in der Videobeschreibung und mit meinem Code REAPERS sparst du noch 3% auf deinen Einkauf. Trage jetzt, um mich kostenlos zu unterstützen, meinen Creator-Code bei REAPERSYT in deinen Rocket League Shop ein. Einfach eingeben, bei REAPERSYT OK drücken, dann unterstützt du mich 14 Tage lang, alle 14 Tage neu eintragen und nun viel Spaß mit diesem Video. Peace Freunde, was geht ab? Ich bin bei REAPERS und ich begrüße dich ganz herzlich hier zu einem neuen, freshen Rocket League Video hier auf meinem Kanal. Und Freunde, heute gibt es mal wieder ein 3 vs. 3 Grand Champion Turnier mit dem Top 30 Spieler Leafox. Wenn ich einfach mal auf Profil gehe, dann eben auf Karriere, Liga-Rangliste, dann 3 vs. 3 einfach mal runtergehe, dann seht ihr hier gerade auf Platz 32 aktuell Leafox. Der war heute mit dabei, natürlich mit einem zweiten Account und nicht mit seinem Hauptaccount. Ist, denke ich mal, verständlich, da wir sonst in einem Supersonic Legends Turnier wieder gelandet wären. Aber es war auf jeden Fall unglaublich. Ich habe euch Leafox unten in der Beschreibung verlinkt, checkt ihn auf jeden Fall aus. Das streamt jeden Abend auf Twitch live, also lasst ihm sehr gerne mal ein Follow da. Ich finde, ich habe bei dem heutigen Turnier in einigen Situationen sehr gut gespielt, aber es gab dann vielleicht auch so manche Situationen oder ein, zwei Spiele, wo ich wirklich nicht gut gespielt habe. Was natürlich auch klar ist, da wir wirklich teilweise 1700er MMR Gegner hatten und ich natürlich nicht auf diesem Niveau spiele. Das gebe ich an der Stelle offen zu. Ich wurde natürlich in einem gewissen Sinne hochgezogen. Ich meine, wir hatten Leafox in unserem Team, ein Top 30 Spieler der Welt, ja, in 3 vs. 3, dass wir da in einem gewissen Sinne, ich spoilere es jetzt einfach schon mal, das Turnier gewinnen. Ihr seht sowieso unten links, ja, S2 Grand Champion Turniersieger. Ja, dass wir das dann gewinnen, war natürlich in einem gewissen Sinne auch klar, da Leafox eben wirklich einer der Besten der Welt ist. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass es dir auf jeden Fall gefällt. Es lohnt sich wirklich bis zum Ende dieses Video zu schauen, da man einfach wirklich von Leafox einfach was lernen kann. Deshalb finde ich es auch so cool, mit ihm oder besseren Spielern zu spielen oder höher zu spielen, da man so einfach schneller lernt und so dann natürlich schneller besser wird. Dadurch, dass wir das Turnier natürlich gewonnen haben, habe ich gesagt, sobald wir ein Grand Champion Turnier gewinnen, verlose ich 3 Fanex an die Community und das wird heute auch geschehen. Du hast jetzt die Möglichkeit, einen von 3 Fanex zu gewinnen und wenn du einen dieser 3 Fanex gewinnen möchtest, lass einfach ein Like auf dem Video da, lass ein kostenloses Abo auf meinem Kanal da, aktiviere die Glocke und schreib mir jetzt deinen Instagram, Snapchat oder Twitter-Namen unten in die Kommentare. Das Ganze wird in einer Woche aufgelöst, ja, also in einer Woche in meinem nächsten Turniervideo sozusagen, also jetzt nicht im nächsten Turniervideo, aber das, was dann in einer Woche online kommt. In diesem Turniervideo werde ich das Gewinnspiel auflösen, die Gewinner bekommen dann eine Nachricht von mir und werden dann natürlich von meinem Partner Rocket League Exchange jeweils einen 10-Euro-Gutschein erhalten, womit sie sich dann natürlich den Fanex kaufen können oder halt eben auch etwas anderes. Ich wünsche jedem da draußen ganz viel Glück und nun würde ich sagen, wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Grand Champion Turnier. So, First Round jetzt hier gegen Riot Gizmo, ja, heute auch mal mit der blauen Farbe am Start, let's go! So, wir haben im Gegnerteam einmal einen 1536er-Spieler, einen 1281er-Spieler und einen 1482er-Spieler, ja. Wir sind aber heute natürlich mit Colbrick und Leifox am Start, ja. Ähm, deswegen sollte das eigentlich klar gehen. So, ich follow. Mhm, ich probier zu bieten. Mhm. Hab ich? Ja, perfekt. Dann geh nach hinten. Hast du? Ja, nee, lass durch. Ja, meint. Ah ja, moin. Start macht das 1 zu 0. Okay, ich fahr. Mhm. Follow. Krieg ich nicht. Ich nehm ihn. Ja. So. Na, hatte. Hab ich? Ja. Ich nochmal. Mhm. Ich mach nochmal. Mhm. Reapers. Ja, hab ich weggekickt. Nice. Stark. Nicht was. Hab ich. Schön. Du? Obegegen. Ich hol den, ich hol den, ich hol den Boost. 1-0. Äh, 1-1. Nicht 1-0, 1-1-1. 1-1, ich korrigiere mich. Hab ich. Links, rechts. Follow, okay. Noch schnull. Nice one. Hab ich. Geh zurück. Hab ihn weggekickt. Nice pass. Ich führ nochmal mit. Reapers? Ach, schade, komm nochmal. Sehen wir nochmal, ja. Holy shit. Nice one. Hat er oder? No Boost. Oh, sorry. Nehme ich. Jetzt Cobrick? Mitte? Nice, ich hab Mitte links. Ein Touch, jetzt. Nice go. Ja, man, let's go. Nice. Nice 2-1. Es wär natürlich schon sehr geil, mal endlich diesen Grand Champion Titel zu haben, ne? Ja. Es wär so richtig nice. Hab ich. Nicht voll. Ja. Okay, ich bin rechts. Kommt. Mitte? Ja, geh du ruhig Mitte. Sorry. Hab ich. Ich hab bitte recht. Ja. Ja. Okay, ich turn. Nochmal. Bist du? Bitte? Ja, sorry. Ah, schade. 2-1. 3-1. Oh, my bad. Reapers, stark. Nice, ich hab bitte rechts. Oben gegen? Nice. Let's go. Sehr gut. Sehr fresh. 3-1. Fängt sehr gut an. Ich follow. Geh du. Hm? Ich hab Boost gelassen. Links. Okay, ich fahr da mal hin. Ich hoffe. Nehme ich. Ich hab bitte links. Nice. Nice. Ich miss Boost. Hab Boost. Kriegst du zu mir? Hm. Ah, no. Block. Oh, sorry. Cobrick? Ja, warte, warte. Jetzt, nehm ich. Mach ich rein. Geh nach. Ich bin schlecht. Ja, dann mach ich ihn halt. Dann mach ich ihn halt, ey, wenn du so schlecht bist. Wollte gönnen. Do no hands. Alter, war das schlecht. Nice. So, äh, ich fahr links. Speed. Kommt. Wirklich. Ich bin da gar nicht mal so bad. Cobrick, Junge, du Platinspieler. Muss ich dich wieder, muss ich dich wieder hier ein bisschen haten, dass du wieder gut spielst. Ja. Follow. Hat er. Lass ich. Hier, kriegst du. Bin der Mut. Okay, dann fahr ich mit. Low Boost. Das ist aber, ich gucke Block oder so, vielleicht. Nen. Habe ich durchgedrückt nochmal? Bin ab, bin ab. Ne, doch. So, Marflay. Ich bin hinten. Ja. Oh, warte. Geht's auch nach hinten? Ja, ich bin hoch. Ja, da ist nicht drauf. Fliegt du? Hinten ist Boost? Ja. Fliegt oben irgendwo hin, ja. Fliegt so? Ah. Much too slow, sorry. Es ist fein. Hier? Äh, ja. Ich hab hinten rechts. Cool Boost. Warst du in touch? Ich ram ihn weg. Cool Boost Pads, hab ich. Nice, let's go. Ich sehe uns hier heute im Finale endlich mal. Ich sehe uns. Äh, ich auch, hab ich. Ich versuch' zu blocken. Naja, sorry. Wie war's in touch? Na, kehrst du? Nice one. Krieg ich? Hm. Ich bin ganz drauf. Ja, hat er geblockt. Sehr stark. Was geht Julius? Nochmal, oder? Naja, in zero. Hab ich? Schön. Ich hab vorne links. Nice. Krieg ich? Nee, 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 sorry. Ich geh zurück. Ich vergleich' drauf. Ja, wohl. Ich hab' wenig Boost, mach' du ja. Warte, ja. Ich geh ins Tor, ja. Tag. Wir. Oh ja, ich bin sogar immer noch vorne. Hm. Ja, gut, okay. 1 v 3. Nice one. Brauch' ich gar nicht mehr nachhelfen. Das war ein sehr starker Schuss. Und wir gewinnen die allererste Runde. Sehr nice. Ja, wer jetzt immer noch kein Like da gelassen hat, dem kann ich einfach nicht weiterhelfen hier für dieses kranke Turnier wieder. Ihr seht, es ist ein Grand Champions Turnier. Ab in die zweite Runde, let's go. Zweite Runde, let's go gegen Attorney Zippy. Wir haben hier 3, 1,6er knapp am Start. Ähm, ja, wird sehr hart. Ich bin mittlerweile auch bei 1,6. Also, let's go. Let's go, let's go. Okay, ich geh. Okay, ich fahr' nach. Hat er? Ist er? Hast du Reapers? Backward? Schön. Nee, nee, hat er geblockt. Hab ich. Nice. Ja, boost me, ich fein' Tag. Ich warte bitte einfach. Lul, einer schreibt, ja, wir sind in seinem Turnier. Machst du einfach rein? Ja, also, ja, L, äh, Kurim, dann tust du mir ein bisschen leid, Bro, wenn wir in deinem Turnier sind. Kevin, komm. Ich follow. Nice, ey, ich geh. Mach' mal. Mit deinem Eierkopf. Mach' du Double? Boah, ne. Oh, ne, shit. Mach' nochmal, ja. Ja, der hat er. Ja, wart' hab' ich. Hast du Reapers? Ich geh' nach hinten. Oben, nochmal. Oben, nach vorne. Nice, turn. Booster hier. Ah, du hast Boost Gold. Ich hab' 0, ich bin hinten links. Booster. Hm, ich hab' vorne links. Kriegst du? Ja, da ist man einmal gespielt. Hab' ich? Ich geh' back. Oh, Mist, ich bin so schlecht, sorry. Komm' bitte. Ja. Komm' bitte. Der ist drin, oder? Nee, der hat er. Probier. Ja, nice. Ich seh' uns im Finale. Kevin, wenn ich das gewinne, spuck' ich dir auf'n Kopf. Oh, nein. Hast du? Okay, nee. Ich hab' bitte links. Ja, der ist drin, ne? Nee, nee. Aber gleich. Boah. Stark. Hörst du? Ja. Der ist zu SSL geworden. Ja, ja. Ich hab' trainiert. Lass' ich. Ich warte hinten. Reapers war drauf. Schönen Tag. Ne, hat er nicht. Also, der ist gegen die Decke. Habe ich? Kann ich nicht. Ich war aus dem Touch. Ich bin bummed, aber der eine auch. Ich bin bummed, aber der eine auch. Also, wir sind beide bummed. Ja, probiert sie cutten. Nice, nice. Ich hab' wenig genug. Er bummed mich. Von vorne. Ich geh' auf bummed. Oh, was? Sorry, Digga. Ich kenn' das hier gar nicht. Ich hab' mit links. Schön. Ich vor elf'n Pfeiffer. Ich versuch'n Pfeiffer. Ich versuch'n Pfeiffer drauf, ja. Nice. Schon mal kurz boost. Sag. Kann ich. Zu dir? Ja, nice. Sag, bummed. Schön, Jungs. Ja, wie kannst du das? So'n Sniper einfach dabei. Geisteskrank, ne? Geisteskrank, ne? Hab' ich. So, ich geh' auf bummed. Er bummed mich einfach. Auf Ansage. Ich warte hinten. Ich dropp ihn nur. Ja, ist, glaub' ich, ungefährlich. Nehm' ich. Nehm' ich. Ah, sorry. Ja, gut. Oh, ich werd' gebummed. Ist nicht. Nice. Nochmal? Mhm. Luka? Nehm' ich. Nehm' ich. Ja, okay, nimm' du. Schön. Einen Boost? Hab' Boost bekommen. Ja, ich wart' hinter dir. War's nen Touch einfach. Ja. Er hat Boost. Achso, oh. Nice. Der kommt rüber zu mir. Luca? Dammtchen oder so? Sag? Warte, ja. Jo, ich bin, äh, back. Hab' ihn gebraucht. Okay, ich lass' den erst mal kurz. Ja, das ist halt, er kommt. Kannst du mir spielen? Ah, sorry. Oh, jo. Hab' ich. Nice. Bist du Mitte? Ja, sorry. Ja, ich, ne, 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 ne, sorry. Ja, gefällt. Warte, ich hab' den vielleicht nochmal, ne, 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 ne. Hast du den? Weiss nicht. Ich warte nochmal. Oh, lol. Oh, Digga. Geh' mal backward. Hab' ich? Ja, hab' ich. Ja, okay, ich hätt' ihn auch. Komm' mal hin. Schön. Ich geh' ihn. Nice one. Merte. Na ja, der geht hoch, glaub' ich. Ja, ja. Ich bin hinten rechts. Hab' ich? Ne, Digga, der kommt auf. Darker Fake. Nice. Hm. Fäh' ich gut. Okay, der geht nochmal hoch. Ah, ne, krieg' ich nicht. Sorry. Wie passt's? Mit Touch. Das, das ist halt, Digga, mit meinen Touches, da rächt' ich einfach niemand mit. Guck, jeder denkt, Digga, der kommt so übelst aufs Tor, aber Digga, der bleibt einfach liegen. Hat' aber geklappt, hab' ich. Okay, follow. Ja. Cut. Oh, mittel? Zero. Ich hab' ich nicht. Okay, warte, ich hab' den. Hörst du hinter? Ich geh' nach rechts. Ich bin der, ich bin der Mord. Komm, bitte. Ich hör' nochmal, ja. Zero. Nehm' ich. Warte, ja. Ich bin hinten. Komm' mal rein. Das krieg' ich. Mitte? Ja, ich geh' nochmal Mitte. Ja, hab' den wahrscheinlich. Ja, hab' ich. Achtung, Achtung Band. Nein, nein. Krieg' ich nicht. Stark. Hab' ich. Ja, hab' ich. Ja, hab' ich. Einige aufs Tor schießen können. Nice. Der kommt. Oh, sorry. Oh, sorry. Ich hab' den nochmal. Ja. Ja. Schade. Ja, ich lass'. Ich hol' Boost und. Ja, ich geh' auch nach hinten. Nice. Was denkst du? Irgendjemand? Ich hab' den geblockt nochmal. Geht's Tor. Ja, ich bin Tor. Hab' Boost gestafft. Deiner? Ja. Geht's Tor. Jawohl. Mitte? Schön. Nee, hat der. Ich turn' drauf. Warte, ich bin hinten. Nice. Ich hab' ihn. Ja, nice. Ich bin bummed. Ich bin Tor. Ja, wir haben da. GG. Lass tatschen. Wenn's geht. Obwohl ich pass' noch. Oder so. Ah, ist eh weg. Ja. Nice, let's go. Wir gewinnen somit auch die zweite Runde des Grand Champions. Das Tornier finde ich natürlich sehr nice. Freut mich. Ich bin jetzt mittlerweile schon bei 1621 MMR. Heieieieiei. Heieieieiei. Let's go. Wir haben wieder ein Sechser Gegner. Drei Stück. Aber wir sind auch extrem stark aktuell. Digga, ich glaub' an uns. Ich glaub' an uns hart. Ich auch. Come on. Irgendwann. Äh, ich follow. Ich geh. Okay. Ich hab's ja einen Boost bekommen. Nice, nice. Ah, hast du? Sorry, ja. Ich warte in. Ich turn. Kein Boost. Ich fein' doch. Oh, shit. Boah, der war knapp. Ich benenn' den. Nice. Hör bitte links. Ich turn' auch mal rauf. Ja. Bin ab. Ich will reden. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Ich bin gut los. Ich follow. Ja, ich bin rechts. Der kommt. Ich hab' jetzt Luftboost. Da kann' gehen. Machst du? Hm. War so'n touch. Zero. Hab' ich. Ist drin. Let's go. Nice. Let's go. 2-0. Den Item-Shop zeige ich gleich. Klar. Hab' ich? Hm. Ich geh' nach rechts. Ja. Ich follow? Ja, ich hab' 0, aber ich muss mir hier muss. Fahr' noch mal. Fahr' du gerne mit, Cobrick? Ja, ja, meins. Oh, sorry. Geh' nach dritten links. Ja, der kommt. Zu dir? Hm? Wrong. Dann ab. Ich barb' ihn. Schön. Ja. Ja, machst du. Oh, Leute. Der wär' schon drin. Sorry. Hab' ich auch gedacht. Alles gut. Mitte? Ich warte hinten. Du? Irgendjemand? Ich hab' das Spiel nur einmal hoch. Ja, ich geh' ja. Schade. Nice try. Wo? Zu dir? Zu links. Hat er? Ja, ich kann machen. Nice man. Er ist ab, aber am besten. Mach' mal Mitte. So. Schocker Pass. Let's go. Digga, also das ist geisteskrank, alter. Das ist echt geisteskrank. Das ist geil. Ich merke halt echt, wie, wie extrem mein PC gerade ausgelastet ist. Ich weiß nicht, ob man zum Streamen oder eine Aufnahme sieht, aber mein Game leckt echt teilweise krass. Also. Bitte stürz nicht ab. Geh du. Follow? Ja ne, abstürz nicht, aber leckt halt, ne. Aber ich halte mich einfach ein bisschen zurück und dann passt es. Ich brauch' dringend einen neuen PC. Hast du nice? Ich hab' einen 7. Ich lass. Lol, er hat gemisst. Habe ich. Reapers? Schön. Habe ich? Nice. Follow? Ich hab' hinten links. Ja, krieg' ich nochmal? Ja. Hallo. Hast du dir? Ah, let's go. Ja, 4-0. Ich denke, die werden auch gleich aufgeben. Das macht voll Spaß, bin ich ganz ehrlich. Ja, ist schon krass. Was geht, Kimi, äh, Ganning? Du, du, Ali, okay. Sag' ich ja, sie geben auf. Let's go. Wir sind im Halbfinale jetzt, ne? Ja. Ja. Sehr nice. Wir sind im Halbfinale. Schön, wir sind im Halbfinale. Schön, wir sind ja schon im Halbfinale. Eins von drei, ja? Das heißt, jetzt geht's wirklich um die Wurst, ja? Boah. 100% jetzt. Habe ich. Ich follow. Den macht er sehr gut. Na. Boah. Ich glaube, wir haben sehr, sehr starke Gegner erwischt. Ja, glaube ich auch. Jetzt verstehe auch, warum der so'n K spielt. Na ja, wir haben sehr starke Gegner erwischt. Oh, die shit. Das wird echt hart. Hast du? Ich geh ja. Ja. Hat er. Oh, sorry. Schön. Hat er. Oh, ich war im Tor. Ja. Nur, nice. Ich glaube, du hast kein Boost, ne? Ja, ich bin da, glaube ich. Ich geh nach hinten. Habe ich. Hat er. Oh, er misst ihn. Sorry. Okay. Stark, ich hab null. Oh, Mitte? Boah, ich hab keinen Boost. Ja, ich war, aber hat er. Ich geh nach hinten. Nee, hab ich nicht. Der ist zu hoch. Ich hab hinten links. Sorry, ich pass. Sorry. Er war fein. Bleib hinter dir. Nice. Ich geh. Kriegst du? Ich hab Boost bei denen gestuffed. Cobrick. Hat er, hat er. Ja, warte. Bin ab. Schön. Ich geh nach hinten links. Ja, den hast du, glaube ich. Hm, ich warte kurz. Jo. Oh, holy shit. Ist weg. Ist nicht. Hast du durchlassen. Ja, hab ich. Hinter dir. Nice one. Nehm ich. Cobrick. Ja. Nach hinten. Naja. Oh, schade. Bin wieder. Ja, ich geh nach hinten. Ja, okay. Mach den nochmal. Nice one. Ich hab 44. Ich bin Low boost. Ich geh auf Jump Reset einfach. Wow. Bruder. Nice try aber. Ja, Mitte links. Hat er, hat er. Habe ich noch gespielt? Ich kann machen. Okay, ich bin Mitte. Ich geh auf Block oder so. Oh, nice. Oh, schade. Junge, was ein Shot, alter. Digga, sonst müssen wir uns nochmal hier in der Wiederholung angucken. Das war wild. War das geplant, dass du ihn auch rein machst? Ne, das war ein bisschen Lucky. Okay, okay. Ich, äh, follow. Mhm. Ich fahr recht. Ich probier zu bieten. Nice one. Hat er aber. Ich lass boost. Ich lass boost. Schön. Oh, ich hab geblockt. Ich hab null. Ja, ich geh nochmal. Ja, ich hab fast kein boost. Soll ich fallen? Ja, es ist wirklich ein Abfall. Finale ist immer extrem schwierig für mich, muss ich sagen. Ja, same. Tatsächlich. Schön. Nice. Let's go. Alter, sehr, sehr starker Schuss, Cobrick. Dankeschön. Boah, Alter, der war schwer zu halten für die. Hast du? Ne, ich geh. Ich fahr nach. Ja, ich hol rechts. Ne, ich geh nicht ab. Ne, ne. Hab ich's. Ich hab boost gestafft. Zu dir, zu dir. Ne, ich geh. Na, ich miss. Warte. Oh, er misst. Warte. Ja, komm, mach du. Bleib hinten. Schön. Mach hin. Deiner. Ich hab boost gemisst, lol. Du nochmal? Was? Ich hab seinen boost aber. Du mal. Ist's drin oder nicht? Nice. Lol, Alter, krass. Digga, man muss. Ja, frag mich mal, Alter. Also, ich fühl mich übelst fehl am Platz aktuell gerade bei dem Spiel. Erstes Spiel fand ich war, hab ich sehr gut gespielt. Zweites Spiel wurde ein bisschen schwächer. Und jetzt gerade weiß ich gar nicht mehr, was ich mache. Ja, ist gut. Komm, konzentriert. Ich follow. Ich bin links. Nice. Ich warte hinten rechts. Hab mein Spiel lag wenigstens nicht mehr. Hast du? Ja, nein. Boah, Digga. Bin ab. Nein, ich lass. Nice. Du? Ja, okay. Der ist... Ja, nice. Er hat mich bummt. Hab ich? Ja, ich geh zurück. Ich bin in der Mitte. Ja, du? Ja, nein, hat er. Hab ich nochmal. Schön, war das ein Touch. Kriegst du? Oder nicht? Hm, ich nehm ihn. Ja. Zero. Ich werd gebummt im Tor. Nice. Hab ich. Ich hab Boost. Okay, dann bin ich mit. Er kommt. Oh, lol, es leckt. Digga, es hat einfach geleckt. Nice, Mann. Ich hab null. Ich fahr einfach. Nice. Reaper? Oh, sorry. Zero. Ich hab dann auch Zero. Ey, Digga, dann will ich einen Ball spielen und dann lag das einfach. Von hinten? Mhm. Reapers? Ja, ich werd wieder geahmt. Okay. Ich hab hinten links. Sorry, fuck, ich wollte den Boost gar nicht. Hab ich. Kann machen. Oh, nice. Ich wohne links Boost Mitte. Ich warte in der Wall. Ja, okay. Ja, okay. Zu dir? Komm. Dein. Einfach nur, sorry. Fake oder so. Ja, ich warte. Komm mal Mitte. Ja, oder ums. Geh zurück. Reapers? Nochmal. Naja. Deiner jetzt? Ja, ja. Schön. Ich fahr back. Hab ein Bumpt hinter dir. Hab ein Bumpt leicht. Nochmal. Oh, er hat nicht Bumpt. Close. Hier Mitte rechts. Bars in touch. Machst du? Ja. Ich ramm den im Tor. Ich bin da aufbarm. Ja. Oh, schade. Nee, ich lass. Geh zurück. Hab ich? Nice. Hab hinten links. Schön. Hab ich? Ah, fuck so. Ja, ist fein. Mitte rechts. Geh chase wieder. Ich geh raum. Hey, hab ich nicht. Sag. Sag. Sag erst nochmal. Sag noch mal. Mach du, mach du, mach du. Sag. Nice. Sehr schön. Ja, das Ding ist nicht chase gerne. Das ist im Freak. Ja, ja, ja. Das ist so ein Ding bei Cobrick, was wir versuchen abzugewöhnen. Das ist ja sehr viel chase. Das weiß aber auch. Nice. Wir gewinnen das erste Spiel. Natürlich, ja, ab ins zweite Spiel. Denn ein Halbfinale besteht eigentlich aus drei Spielen, beziehungsweise wenn ein Team zwei Spiele gewinnt, dann ist es natürlich vorbei. Aber läuft, äh, finde ich bisher sehr gut. Nee, der hat einfach keinen Bock mehr. Ich glaube, der, der sieht schon, der, der, der merkt schon so, okay, das macht keinen Sinn mehr. Das ist aber dieser Mate von diesen Dhani, die waren in, in einer Party. Krass, okay. Also, im selben Clan. Ja, okay, let's go, komm mal. Ja, egal, ne? Wenn das geht. Ja, ja, wir müssen erstmal ein paar Tore machen. Hier auf Double? Mhm. Schön. Ja, geht der? Boah, unlucky. Ja, noch nicht. Let's go. Okay. Er hat absolut gepanickt, Digga, weil ich ja voll angefahren kann, aber dann muss er irgendwie den Ball spielen. Bin ich optimal getatscht, deswegen. Okay, ich fahr. Geh du. Ich, äh, follow einfach. Mhm. Oh, oh. Er geht gar nicht. Ja? Ich glaub, die wollen jetzt einfach nur auf Save spielen erstmal. Kriegst du? Hier zu dir? Na, schade. Wollt ihr da eigentlich direkt zuspielen. Oh, da seh ich die. Ja, da ist er da. Warte ich. Reap? Ja, gut. Ja, ja. Geh bitte rechts. Hier? Kriegst du? Achso, rechts. Oh, sorry. Ja, ich block irgendwie. Holy shit, das ist so krass. Ich glaub, das liegt auch immer so ein bisschen an der Map, ob mal, ob ich Legs hab oder nicht. Ob ich voll steal? Nice one. Ja, die Gegner tun einem natürlich ein bisschen leid, dass der eine da gelieft ist. Kann man ein wenig mal. Musst du wieder pissen, Reapost? Nee, 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 nee. Ich fahr einfach nach. Top Score. Boah. Ja. Ach, die wollen FF'n, deswegen. Ja. Der ist bei drei Minuten dreißig. Ja, okay. Ja, ja. Dann lass einfach chillen. Aber dann sollen die auch nicht. Ja, ja. Ja, der... Hast du? Ja, ja. Ich spiele einfach hin und her. Jo. Kannst du eigentlich gut freestylen, oder? Nee, also Freestyle haben wir jetzt eigentlich gar nicht so, aber... Okay. Also so Mechanics von Freestyle kann ich so ein bisschen... Ein bisschen wahrscheinlich so. Also er wollte eigentlich sagen, er kann freestylen, aber er möchte sich nicht so in den Vordergrund damit stellen. Genau. Lol, hat er gut gespielt. Hä, aber ich verstehe nicht, warum wollen die denn scoren? Ja, keine Ahnung. Eigentlich komplett dumm. Also wenn die jetzt in fünf Sekunden nicht aufgeben... Wenn die jetzt aufgeben... Ja, das ist der Fall. Ich spiele auch gerade nicht mehr richtig, also... Ja, ich auch nicht. Ich fahr einfach nur gerade rum. Ja, okay, sie geben auf. Nice. Wir gewinnen auch das Halbfinale an der Stelle und sind nun mal wieder im Grand Champion Finale. Die Frage ist natürlich, was für Gegner bekommen wir im Finale, wie stark sind diese Gegner und gewinnen wir dieses Finale? Ja. Das ist die Frage. Ha, lol. Der kennt mich sogar. Das ist der vom Stream. Das ist der vom Stream. Kann das rein? What's poppin? Haha. Ist das geil? Ist das geil? Ice off? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja gut, das heißt, sie wissen auf jeden Fall, dass Leifox dabei ist, denke ich mal. Ice off. Bei der Ehren war das letzte Mal ein. Okay, let's go. Come on. Ja, ja, Krobi, du weißt Bescheid. Wenn wir gewinnen, dann gibt's drei Fan-Hacks für die Community. Ja. Wenn du willst, geb ich dir einen. Wenn du willst, geb ich dir einen, Krobi, wenn du mich gerade hörst. Ah, JB Gaming schreibt gerade, it's me. Haha. Oh shit. Was geht, Jungs? Safe, ab und drinnen. 300. Haha. Ja, als ob. Hast du, come on, let's go. Okay, ich follow. Ich will dir jetzt nicht zerstören. Ja, das finde ich aber lustig, Digga, wenn Maggi soweit gespielt. Ja, hast du? Ich warte hinten. Oh, Digga, ich bin schlecht. Okay. Oh, sorry, hier. Aber, fein. Mal nochmal oder so. Ups. Hast du? Hm, bin nochmal Zero. Ja, ich auch. Ich will mir hinten boost. Sorry, hätte ich lassen können. Ich hab hinten rechts. Okay, nice. Nice, Kabrik. Thanks. Kann machen. Was? Ja, kann machen. Ja, ja. Ich geh nochmal. Hab ich. Hey. Blocken. Ah. Turn gleich. Hey. Hast du? Aber ich muss raus. Zu dir, zu dir. Sag. Block. Nee, oder nicht, sorry. Ja, ich wusste nicht. Nice. Oh, nein, der ist nicht, der ist nicht. Mach ihn rein. Let's go. Let's go. Nice, 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 nice. Komm. Fokus. Ja, GL auf jeden Fall an die. Finde ich mal cool. Das ist, glaub ich, das erste Mal, dass hier irgendwie... Hast du? Zuschauer. Ja, ja. Hier. Hab ich? Topic links. Da krieg er. Ja, müsste er haben. Ja. Ja. Ja, das ist das erste Mal, glaub ich, dass ich Zuschauer in einer Runde habe. Hast du? Hm. Pinch? Oh, sorry. Alles gut. Oh, nice try. Oh, nice try. Du? Ich hab ihn gerammt. Du, ja. Schade. Geh nach hinten. Da hat er, oder? Nee, hast du. Nee. Krieg nicht. Ah, kann ich nicht. Na, ich schau ja auch nicht, geh nach hinten. Hast du? Ja. Kannst du nochmal hin? Ja. Ja, warte, ich warte. Ja, okay. Uma, raus. Nee, warte kurz. Nee, warte kurz. Nee, boah, ich bin halt ein bisschen schlecht, nice. Cool boost hinten. Hat er nochmal? Ja, nehm. Hinten rechts. Pinch? Hab ihn gerammt? Ja, nice one. Wusste ich nicht. Ich hab leider kein Boost. Ja, zero. Ich werf mich nur rein. Nice. Ich lass Boost. Ah, hab ihn rausgenommen. Ja, das ist gut. Oh, sorry Digga, ich hab nicht mehr so recht. Na, 1,1. Ach, Digga, ich bin so. Ah, sorry man. Ja, wir holen das noch. Ja. Hab ich? Hm, ich follow. Mhm. Ich fahr rechts, ne? Warte, ja. Turn. Nice, bin vorne, aber wird er haben. Und? Fabric? Zu dir? Ja. Ja. Gerade. Reapers? Da haben wir gespielt, deiner? Reapers? Unter links, ich bin er. Nee. Ist der? Kann machen. Boah, hol ich. Du bist so schnell. Nice one. Okay, ich warte rechts. Nice. Ba-bam. Ja, komm. Auf, also die Quatsch. Ich hab' ich nicht. Weißt du? Ja, ich hab' ich, Digga. Ich bin, ich dachte eigentlich, der prallt anders. Digga, das ist... Ich hasse es im Finale zu sein, ne? Ja. Ich hasse es im Finale zu sein. Ach, du glaubst du ja? Ja, 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 ja. Deswegen, ich hab' nicht damit gerechnet, dass der Ball kommt. Ja, okay, komm, konzentrieren. Ich geh nach links. Solo? Schön, komm mal hin, ja. Machst du Solo? Ja, ich mach' Solo. Nice pass. Ja, Mann, schön. 2-2. Let's go, come on, das wollen wir uns. Wir sind besser. Levox ist besser. Ohne Levox hätten wir verloren, Digga. Ja, natürlich, ohne Levox wären wir gar nicht im Finale, Digga. Das ist klar. Keine Frage. Hab' ich. Okay, ich fordere. Ja. Ich fordere rechts. Block. Nice one. Na, ich geh' zurück. Ich geh' einfach drauf. Nice. Schön. Boah. Block. Nice try. Hab' ich. Nice, ich geh' zurück. War der. Ich hab' dir. Und rechts. Hier kann's drauf gehen. Schön. Jetzt einer von euch. Hm. Schön. Ich glaub' Pinch oder so. Ja. Er hat mir Boost gestuft. Zwölf. Ja, ich geh' zurück. Reapers. Ich fahr' drauf. Nice. Ja, KDR. Ja, nochmal. Warte. War, Reapers. Ja, ich kann ihn. Nichts. Nur so. Biss fallen. Nice. Nice. Ich kann nochmal vielleicht. Ja, okay. Mach' ich. Schön. Ja, jetzt besser. Na, ich geh' zurück. Äh, verkackt. Ich bin nach vorne bei denen. Komm' machen. Leifox Steiner. Bin ab. Bitte? Nice. Oh, ich ne was. Du? Nice. Let's go. Das war geplant von mir. Ja, Leifox wollte mich auch mal ein Tor machen lassen. Okay, ich geh'. Ja. Oh, nice. Bitte links. Ich kann gehen. Ja, ich bin vorne. Ah, sorry. Du bist glaub' ich alleine, oder? Moment. Hä, hast du noch was? Rüber? Mal? Okay. Du? Jetzt kannst du, nice. Hab' ihn gebarbt. Geh' nach hinten. Binge? Hab' hinten links. Wartet er dir? Ernst? Nice one. Nochmal? Hm. Hab' ich? Oder? Ja, mach' du sonst. Okay. Ja, ich bin hinten. Sorry, sorry. Hab' ich. Hab' ich nochmal reingeworfen. Ich hab' mich nochmal reingeworfen. Oh nein. Oh nein. Gut, gut. 22 Sekunden. Ja, ich mein'. Nice. Yo. Na, ich geh' zurück. Bin ab, bin ab. Hab' ich? Nice. Weiter. Ich bin links. Weißt du? Ja, ja, hab' ich. Warte hinten. Nice, ich kann gehen. Ja, ja, nice. Nice, let's go. Okay, first game haben wir gewonnen. Sehr stark. Ja, die sind auf jeden Fall sehr gut. Das, das kann man nicht anders sagen. Die sind sehr stark. Ich würde sogar sagen, die stärksten... Ja, ja, schon haben die alles von mir gelehrt, wahrscheinlich. Ich lass' tatschen, weil ich kann. Nice. Geh' nice. Wie geht? Ich war' links. Oh, ich hatte FPS Drop. Nice. Sorry. Alles gut, alles gut. Wir haben, äh, einfach... Ich werfe mich gerade. Oh, oh, oh. Sorry. Wir haben fast 400 Zuschauer, Leute. Das ist geisteskrank. Moin Atomax, was geht's? Hast du? Ich follow. Ja, ich hab' den. Hast du? Ja. Hab' ich. Mal start, ich wollte nur den Boost. Ja, ich geh' nach. Zurück. Ich hab' leider keinen Boost. Ich versuche mir mal kurz Boost zu holen. Klass. Ja, ich hab' den. Ne, okay, hat ehrlich. Kriegst du? Hm. Mach' noch mal. Ja, okay. Ist die Euro. Boah, stark. Ich geh' zurück. Ich geh' gleich nochmal drauf. Ich geh' gleich nochmal drauf. Nach dritten links. Ja, das ist Finale. Boah, starker Boost. Ich hab' nicht. Ja, der, der. Barde. Abwarten. Geh' nach hinten links. Kannst du nicht gleich. Ja, ja. Ja. Nice, Levox. Hm. Sorry. Alles gut, alles gut. Ich geh' mitte rechts. Nice. Ja, mitte. Kann machen. Nice safe. Ich bin safe. Ich bin hinten. Kriegst du? Hab' ich. Nur geblockt. Ja, hab' ich. Ich geh' back. Levox fort. Ich mach' ihn. Nice. Schönes Ding. Jawoll, jetzt war's. Schöner Schuss. Digga, sehr stark. Ich sag's euch. Das, das könnte dieses Mal echt was werden. Ja. Bin ich dabei? Das war ein sehr starker Schuss. Nein, ich war's. Hab' ich. Geh' du. Ja. Ich fahr' nach. Nice. Ich warte hinter dir. Ja. Kommt. Bist du eigentlich safe? Lass' du's. Jo. Boah, Digga. Wo fliegt der denn hin? Backboard mal. Ich war's in touch. Sorry. Am Pinch. Back to later. Warte, ja. Ah, dann spielt er rüber. Wack. Double oder nicht, ehrlich? Ich bin gesammt und du wirst. Gebannt. Nice. Föder Schuss. Let's go. Ein, wenn ich eines wirklich kann, dann sind's die Bumps. Ja, schön. Schön zu zweit. Dankeschön. Das war schön im Boost gesteilt. Äh, der Tor gesteilt. Ich war rechts. Ich probier' zu bieten. Ja. Boah, stark, Alter. Die Kick-Off sind so geisteskrank. Hab' ich. Ja. Ja. Ich geh' nach hinten. Wolle ich tönen? Ja. Bin hinten? Wolle ich tönen? Wolle ich tönen? Wolle ich tönen? Hm. Ich block einfach nur. Schön. Ich geh' ins Tor. Ich hab' Boost. Ich miss-Boost. Sommer vielleicht. Nice. Ja, nicht wirklich. Ich hab' Boost gesteilt. Geh' nochmal? Ja, ich bin lower, aber ich probier' nicht. Ich geh' rechte Seite. Nice. Warte, ja. Achtung. Kann nehmen. Ja. Stark. Zero. Nein, hab' ich nicht. Hm. Ist weg. Oh, my bit. Hab' ich. Okay. Achtung. Kann nehmen. Wenig. Kann bitte. Schön. Nochmal. Schön. Sehr gut. Der ist drin, oder? Ja, der ist einfach drin. Digga, das ist krass. Schöner Schuss. Dankeschön. Und Tina, vielen Dank. Ich weiß, dass ich das Spiel jetzt wieder echt nicht so ultra stark bin, aber die stelle auch einfach daran, dass das eigentlich nicht mal ein Elo ist. Hättet ihr nicht Dom mitnehmen können? Hahahaha. Hast du? Hättest du richtig auf Front? Richtig Dom. Höh. 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 Doppelpunkt D von dem her. Ist nicht das gemeint. Ja, ja, ja. Joke. Ah, schade. Warte. Ja, ist natürlich. Das habe ich ja von Anfang an gesagt, ihr tut mir leid, dass ihr in unserem Turnier seid, weil wir halt eben Leafox dabei haben. Das ist halt echt schade. Ja. Die nehmen es mit Humor. Ja. Das ist das Gute. Ah, jetzt wieder Fokus am besten. Ich werde es jetzt nicht verlieren. Habe ich. Warte hinter dir. Schön. Ich turn. Ja, kannst du? Ich habe einen 4 Boost. Stell den. Ich habe den. Schön. Ja, ich habe immer noch fast 4 Boost. Ja, ich kann auch noch sinken. Hm. Ehrenamt. So lustig, Digga, wieder. Ja. Habe ich? Nice. Du siehst du vielleicht? Ja, ne, den hat er. Ah, der ist dann. Warte, warte, warte. 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 Habe ich? Ich chill ein bisschen. Hm. Ich gehe mal mit einfach, dann mache ich vielleicht nochmal was. Oh. Ja, moin. Warte. Ich geh. Nice. Let's go. Schön, schön, schön. Hunger auf den Sieg. Wir gewinnen mein allererstes Grand Champion Turnier. Lass wirklich mal ein Like dafür da. Kostlos aber nicht vergessen. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Attack eines Tages noch kommt. Bam. Champions bei Reapers. Und ja, jetzt bin ich sehr gespannt auf den Titel, Freunde. Äh, zack. Und S2 Grand Champion Turniersieger, Freunde. Hier ist der Titel. Das war nun das 3 versus 3 Grand Champion Turnier, welches wir gewonnen haben mit Leafox. Ich fand es heute extrem nice. Das Video ging zwar etwas länger, aber ist doch auch mal was cooles, denke ich mal. Und falls du jetzt noch nicht an meinem Fennec Gewinnspiel teilgenommen hast, dann mach das jetzt auf jeden Fall noch. Wie gesagt, kannst du heute eben einen von 3 Fennecs gewinnen. Und dafür musst du folgendes tun. Like einfach jetzt hier dieses Video. Ja, falls du es noch nicht getan hast, abonniere unten kostenlos meinen Kanal. Aktiviere die Glocke und schreib mir deinen Instagram, Snapchat oder Twitter-Namen unten in die Kommentare. Dann kontaktiere ich dich eben in 7 Tagen. Dann, wenn ich das Gewinnspiel auflöse. Ich bin sehr gespannt, wer gewinnt. Und dann würde ich sagen, checkt wie gesagt meinen Partner Rocket League Exchange aus. Von dem wird das ganze Gewinnspiel gesponsert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Freunde. Euer Barreapers. GBO. Ciao, ciao.